Hallo und herzlich willkommen zu einem, naja, kleinen Schnupperkurs. Ich weiß noch nicht ganz, was das wird, aber es wird auf alle Fälle, wir schnuppern nur mal kurz rein. Und zu diesem Spiel muss ich etwas sagen. Es heißt Swarm Swim und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Hier steht der Name des Spiels und es ist, naja, so etwas ähnliches wie Slender. Bloß ein bisschen nicht so... Es ist mehr spaßeshalber gesehen, als wie horrormäßig. Okay, ein bisschen gruselig kann es schon werden, das kann passieren. Ich muss sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich habe nur Screenshots gesehen. Und ich habe das Spiel, wie gesagt, im Internet entdeckt. Ähm, und, äh, ich habe das bislang noch nicht gespielt. Und, ja, wir sind gerade sozusagen im Menü. Und, ähm, ich muss das mal kurz am Kopfhörer hier leiser machen. So, geht jetzt. So, ähm, wie gesagt, das ist etwas ähnliches wie ein Slender. Und wir sind sozusagen auch im Wald. Ja, Shrek is love, Shrek is life. Gut, Gott. 2013, loading. In diesem Spiel, man sieht es hier schon so ein bisschen, wir können uns bewegen mit der W, A, S, D-Taste. Und hier, hier können wir nicht vorbei. Ah, nein, hier ist bloß sowas. Hallo? So, okay. Und, ähm, in diesem Spiel geht es darum, genauso wie bei Slender, müssen wir hier sozusagen einsammeln, etwas einsammeln. Und hinter uns natürlich, wie soll es anders sein, ähm, ist jemand hinter uns her. Und ich weiß noch nicht ganz, wie das aussehen wird. Und dort hinten liegt etwas, was wir einsammeln können. Denn wir müssen diese Teile hier einsammeln. Es sieht aus wie ein Ball, aber es ist eine Zwiegel. Was? Oh, was? 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 Alter? Okay, es wurde uns gesagt, dass wir einen, einen, einen Layer, beziehungsweise eine Zwiebel haben. Was haben wir hier? Wir haben hier Steine. Hier ist nichts. Okay. Irgendwas leuchtet da drüben. Ah, guck mal, dort müssen, dort liegt noch was. Ich läuf mal ein bisschen schneller. Ja. Alter, was ist denn hier los? Hier brennt's. Und dort liegt eine Zwiebel. Die nehme ich mit. Alter! Esel! Ich geh hier mal raus. Das ist nicht wirklich gut. Ah, guck mal, dort hinten liegt noch was. Dort hinten ist noch was. Dort hinten ist noch was. Und mal gucken, wie lange wir da spielen werden. Was? Was ist das? Wo kommt die Musik jetzt her? Alter, ist das Spiel krank. Wie kommt man auf so eine Idee, frag ich mich. Eder. Da frag ich mich ganz ehrlich. Wo kommt denn die Musik jetzt her? Wo kommt denn die Musik her? Alter, die kommt denn her. Was? Alter! Was? Wie? Jetzt entfernt die sich? Alter, was ist denn das für ein Spiel? Oh, ich... Mein Auge juckt. Oh. Dort ist nichts zu sehen. Oh. Ah! Schreck ist unter uns... Schreck ist hinter uns her! 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 Das ist wie fast... Das ist so ähnlich wie bei One Late Nights. Können Sie sich immer mit Musik an, die Olle. Alter! Wolltest du übrigens auch mal Let's Playen? Alter, Schreck! Tut auch sowas nicht. Nein! Er kommt schon wieder! Da! Da! Ich will es mir mal aber angucken. Komm mal näher! Wo ist denn der? Alter, wo ist der? Wo ist der? Wo, wo? Ich würde sagen, komm. Huch! Blendet dir kurz die Tastleiste an. Tut mir leid. Okay, äh... Weiter geht's. Alter, komm. Ähm... Vier, äh... Vier Zwiebeln... Ne? Ich schätze mal, das sind Zwiebeln. Ähm... Haben wir ja schon gehabt. Ähm... Das war jetzt nur testweise. Ich weiß ja jetzt, wo die liegen. Das ist okay. Äh... Oh, hier ist so ein kleiner Tümpel. So. Hier. Oh, was haben wir hier? So ein Kackloch. Ne, ist nicht witzig. Wo waren die Zwiebel? Waren die nicht irgendwo hier? Was ist das? Was? Ah ja, ah ja. Schwimmen können wir also nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist also Wasser. Okay. Ist immer lustig. Der kündigt immer um... Am Ende, wenn wir tot sind, kündigt er uns an, dass wir tot sind. Aber der sagt, dass unser Org... Also Orga tot ist. Also spielen wir eigentlich... Wer sind wir? Sind wir eigentlich Schreck? Spielen wir Schreck? Oder sind wir Fiona vielleicht? Sind wir Fiona? Org hey. Ist doch nicht. Ja, das ist rein. Oh, ich konzentriere mich gerade. Mist. Auf dem Klo war nichts. Ich konzentriere mich, du hast mich nie verlassen, bevor du mich nicht verlassen hast. Ich konzentriere mich, du hast mich nie verlassen, bevor du mich verlassen hast. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder und ich muss das übersprechen, weil sonst kackt wieder die Gamer ab. Also hier, ne, YouTube. Ist wieder die, äh, dann kommt wieder, steht unter dem Video, ja, hier, Verwendung von Drittanbietern und bla bla bla. Und, find ich so oder so, scheiße gemacht von YouTube. Weil in dem Sinne kannst du ja nichts, alter. In dem Sinne kannst du ja eigentlich nichts dafür, es sind ja eigentlich, du hast ja das Spiel, äh, irgendwie, hast du das Spiel geholt, weißt du? Hast du, in dem Sinne hast du ja eigentlich auch die Lizenzen, in dem Sinne. Ja, so, dort liegt nichts mehr. Ich seh hier nirgends wo mir eine Zwiebel. Dort ist wieder das brennende Haus. Scheiße! Ich such mal die Brücke wieder. Mist, wo sind wir hier? Scheiße! You don't... No, 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 no! Go, 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 go! Alter, geh! Scheiße, hier ist das Klo wieder! Alter, ich seh hier gar nichts. Und ich wette mit dir, dass, äh, Fetty gleich wieder hinter uns ist. Ich renn mal ein bisschen. Aha, waren wir hier schon mal? Nee, na? Hier waren wir noch gar nicht. Das ist hinter dem Haus, das ist was brennt. Da war er ja schon wieder, das ist nicht so schön. Mist, hier ist schon wieder Wasser. Mist! Mist! Ich komme hier nicht weiter. Nein! Don't look behind you! Don't look behind you! Alter! Schreck, tu doch sowas nicht! Scheiße, hier ist wieder dieser komische Wagen. Da irgendwelche Geräusche von sich macht, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die Mäuse dort, diese drei Blinden. Ich finde hier gar nichts mehr. Lauf mal ein bisschen schneller. Ich suche die Brücke. Ich suche das Brückchen. Über sieben Brücken musst du gehen. All die Jahre. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Scheiße, Schreck ist dort hinten. Scheiße, und hier komme ich nicht durch. Scheiße! Scheiße! Somebody! Alter, halt die Klappe! Ich suche die Brücke! So, da ist das Bränderhaus. Oder Esel schön verkohlt. Ah, ich glaube, ich sehe sie. Ist es sie? Ist das die Eselsbrücke? Nein, ist sie nicht. Natürlich nicht. Alter! Alter! Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Bin ich voll im Kreis herumgelaufen. Scheiße, Schreck! Nein, 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 nein Ich guck nie wieder mehr Schreck an, ey. Was ist denn... Wie kommt man auf die Idee eigentlich, frag ich mich. So. Ja, ja, ja. Du hast eh nichts für mich. Ja, die Brücke! Die Brücke! Die Eselsbrücke! Alter. Alles in Ordnung? Nein! Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser! Nein, 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 nein! Boah, Alter! Eigentlich waren wir tot. Nehmen wir das mal so fest. Aber durch einen Klitsch oder sowas, durch einen Backo oder sowas, keine Ahnung, haben wir überlebt. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich bin mal gespannt, ob hier vielleicht etwas ist oder ob uns Schreck hier doch... Naja. Erwischt. Was haben wir hier? Scheiße. Wenn Schreck uns hier bekommt, sind wir fertig. Scheiße. Wo ist der? Hä? Wo? Wo? Ich habe das Gefühl, dass er hier gar nicht kommt auf die Insel. Na, super. Hier ist gar nichts. Ach, dort hinten steht er. Dort? Okay, auf der anderen Seite war nichts mehr. Aha. Aha. Ah, ja. Ah, ja. Verdammt, wo sind denn die anderen? Wir haben jetzt nur vier Stück. Schreck geht uns jetzt auch nicht mehr auf den Nerv, das ist okay. Dort hinten? Ach, verdammt. Das ist bloß wieder das Klo. Nein, 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 nein. Alter. Wer hätte gedacht, dass auf dem Klo noch eine scheiß Zwiebel ist. Alter, da hat er ausgeschissen oder was? Alter, hier drüben tust du mir nichts, hier drüben tust du mir nichts, hier drüben tust du mir nichts. Alter. Nein, er kommt durchs Wasser, er kommt durchs Wasser. Mist, wir sind eingekesselt. Er ist weg. Ist er weg? Leck dich, leck dich, leck dich, leck dich, leck dich, leck dich. Alter. Dir suche ich noch deine, Alter, der ist, Alter. Dort hinten läuft er. Alter, weg vom Baum. Ich finde die, die, okay, also wir haben jetzt fünf Zwiebeln schon. Es fehlen sozusagen, es fehlen noch ein paar, es fehlen noch drei Stück, aber wie wir an diese kommen, ist fragwürdig. Da ist wieder das brennende Haus. So, die fünfte Zwiebel, die haben wir ja im Dingens gefunden. Hm? Schuss, 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 Schuss Nein! Verpiss dich! Nein! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Oh, ist ein bisschen wie... Alter. Nein, 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 nein! Nein! Scheiße. Mir geht die Puste aus. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich kann nicht mehr schnell laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Scheiße. Und der ist hinter uns. Ich kann nicht mehr laufen. Kann ich jetzt wieder laufen? Ja, ein bisschen. Alter. Nein! Scheiße. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Hau ab. Hau ab. Genialer Einfall. Kletter mal schnell auf den Stein. Boah. Alter, hör doch mal auf zu singen, du Arsch. Okay, das Klo leuchtet aber nicht mehr. Da, 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 da. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Da, 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 da. Scheiße, ich kann nicht mehr. Was das, Alter? Guckt mal, Dutz. Haha. Jetzt wird's kriminell. Ich kann nicht mehr, nein! Alter! Das war... Das war... Boah, ey. Am Ende so gegenüber das Ende war das echt lustig. Also, dann hat uns aber Schreck dann doch bekommen, weil wir uns so festgehangen haben. Und dann hat er uns letztendlich doch gekriegt. Ähm... Na gut, äh, sieben Zwiebeln, was auch immer, äh, Seiten haben wir bekommen. Das ist super. Ach, du Scheiße. Ich werd mir nie wieder mal Schreck angucken können. Danke, äh, bei... Das Spiel hat... Ich weiß jetzt gar nicht, ähm... Es ist ein Biodynamic-Game. Und das wurde vom armen Kraschenas gemacht. Spreche ich das richtig aus? Keine Ahnung. Ähm... Es muss man, kann aber mal sagen, was du willst. Aber das Spiel, das haben die wirklich super gemacht. Und, ähm, das Spiel gibt es... Ich weiß nicht, ich hab's irgendwo kostenlos runterladen können. Und, ähm... Ich werde unten in der Videobeschreibung natürlich alles verlinken. Und... Oh Gott. Ich hoffe, ähm... Wir sehen uns in einer nächsten... Oder in einem nächsten Let's Play oder in einem neuen Let's Play oder was auch immer wieder. Und, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge... Äh, ja, bis zur nächsten, was auch immer Folge. Äh, oh Gott. Mir pocht gerade das Herz ein bisschen. Blöder Schreck. Ich werd dich nie wieder mal gucken. Du hast einen Esel verbrannt. Der arme Esel. War aber ein super Spiel. Kannst du sagen, was du willst. Ähm, vielleicht Grafik hätte man hier und da was machen können. Aber das Spiel an sich ist schon ziemlich geil. Ist ein bisschen sogar besser als wie Slenderman. Wobei Slenderman mehr eher so, ähm, horrormäßig ist. Und, ähm, ich schätze mal, dass dieses hier eher mehr so aus so einem Gag ist. Und, ähm... Kannst du sagen, was du willst. Aber das Spiel ist gut. Wirklich super gemacht. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und vor allem bedanke ich mich an Biodynamic Games Production, die das Spiel erfunden haben. Ähm, und BZW, also die es gemacht haben, dass ich das spielen konnte. Super geil. Kannst du das machen? So sagst du... Ich kann nicht mehr sprechen. Okay. Also. Wir sehen uns und bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ich muss mich an Often pensar, wie schon gesagt.